Sie hören Blutapfel, Adam Danowskis zweiter Fall, von Till Räther, gelesen von Oliver Erwin Schönfeld, ein Hörbuch des Argon Verlags. Blutapfel, der, eine Art kugelrunder von außen rosenroter Äpfel mit einem blutroten süßen Fleische. Erders Konversationslexikon 1854. Prolog. Am Ende war es doch immer das Gleiche. Schläge ins Gesicht, Schläge in den Magen, die Leber und den Nieren, Schläge in den Unterleib. Arbeitsteilung. Zwei Kollegen übernahmen die Fixierung, der dritte führte aus. Wenn es länger dauerte, wechselten sie sich ab. Diesmal dauerte es länger. Und Tracy Harris sah zu. Das war der vorgeschriebene Arbeitsablauf. Keine Befragung ohne Supervision. Sie war als Analystin und nominell Vorgesetzte hier. Sie runzelte die Stirn und spielte mit dem Gedanken, sich an die Wand zu lehnen. Ihre Füße taten weh in den falschen Schuhen, weil die Kollegen sie direkt aus dem Besprechungsraum geholt hatten. Der bei Lichte betrachtet nur ein Container war. Aber wenn sie dort am Tisch mit den Jungs von der Armee, den privaten Dienstleistern und den konkurrierenden Behörden saß, trug sie amtliche Pumps und keine bequemen Sneakers und ein dunkelblaues Kostüm, was dagegen sprach, sich ihr während des Verhörs an die Wand zu lehnen. Klassische Brache mit entkernter Werkshalle, die Wände vor Jahrzehnten geweist, durch Ruß und Witterung grau schattiert. Das würde Abdrücke hinterlassen auf dem dunklen Stoff. »Harris«, sagte der, der jetzt fürs Schlagen zuständig war, wahrscheinlich, weil er sich ausruhen wollte, »haben Sie irgendwelche Fragen?« Sie schüttelte den Kopf und winkte ab. Das hier war alles sinnlos. Der da auf dem Aluminiumstuhl saß und sich bearbeiten lassen musste, wusste nichts. Sein nackter Oberkörper hatte an vielen Stellen die Farbe von Aubergine der, wie sie in Deutschland sagten, Handelsklasse 1 angenommen. Blut lief ihm übers Gesicht, bis es in seinem Bart verschwand, und auf seiner hellen Jeans war ein großer Fleck mit vagegeografischen Umrissen. »Waterboarding«, dachte Tracy Harris, »was für ein Witz!« Das ganze jahrzehntelange Gerede, hin und her und für und wieder, und am Ende prügelten sie halt einfach, weil es weniger Vorbereitung erforderte, und wie sie vermutete, weil es sich organischer, natürlicher anfühlte. Normal, jemanden festzuhalten und zusammenzuschlagen, unnormal, jemanden sorgfältig festzuschnallen und mit Hilfsmitteln zu bearbeiten, und seien sie noch so primitiv. Und wenn sie eins gelernt hatte, dann, dass jeder ihrer Mitarbeiter und Kollegen vor allem den Wunsch hatte, normal zu sein. Außerdem gab es vor Ort selten fließend Wasser. Hier in den öden Landschaften am unübersichtlichen Rande Europas, wo sie und ihre Kollegen die leeren Räume, aus denen die sterbenden Industrien sich zurückgezogen hatten, mit neuem Leben füllten, wenn man das ihr Leben nennen wollte. »Was weißt du, was weißt du, was weißt du?« Manchmal einfach nur so, drei- oder viermal hintereinander, ohne Pause, dann wieder voneinander abgegrenzt durch Schläge. Sie schwitzte und schüttelte unmerklich den Kopf. Nach vier Tagen und Nächten in verdeckt aufgestellten Containern und leeren Hallen, mit keinem anderen Kontakt nach draußen als über Monitore und Satelliten, wusste selbst sie, so viel weniger als zuvor. Die Frage hätte auch sie nicht mehr sinnvoll beantworten können. »Was weißt du?« »Alles und nichts. Wo sind wir diese Woche? Hello, Turkey. Hello, Northern Iraq. Hello, Azerbaijan. Are you having a good time?« Und sie wurde nicht mal geschlagen. Trotzdem verlor sie langsam die Orientierung. Das hier war sinnlos. Völlig sinnlos. Und es war für sie und alle, die damit zu tun hatten, das Gegenteil dessen, worauf doch eigentlich alles hinauslaufen sollte. A good time. Ganz ehrlich, warum sonst machten sie das alles hier? Um die guten Zeiten zu schützen oder, falls sie es schon nicht mehr gab, zurückzuholen. Und ihre Füße taten weh. Immer wieder ließen sie in zwei oder drei Sekunden Pause und währenddessen hörte Tracy Harris nichts als das gedämpfte Brummen der Generatoren, das Knarren ihrer Schuhe, den feuchten Atem des Verhörten. Aber das änderte sich jetzt. Er sprach. »Berra ken bini. Artig yapa miyorum. Berra ken bini.« Sprachen waren ihre Stärke und vielleicht ihre Flucht. In ihren Jahren als Offizierin und Analystin hatte sie viele gelernt. Die erste für die Karriere, Arabisch, die zweite aus Trotz, Deutsch, die dritte, weil sie sie brauchte. Ein syrisch gefärbtes Kurdisch, wie es im Nordirak gesprochen wurde. Die erste für die Karriere, die dritte, weil sieüzelte Arbeit und Analystinد Aber eine andere. Oder 1200 wrapping papeltes hilft die glückliche Kraftengabe, sodass sie sie nur mit der padама chromatλι, die viergen, die vierten ins liegt mit dem Motives. Vielen Dank.